Lasst uns bauen! Komm zurück! Was willst du? Thunfisch? Oh, bitte! Wem jagst du hinterher, Chase? Der Katze meiner Großmutter. Ich sollte auf sie aufpassen, aber sie ist rausgelaufen. Ich sehe sie nicht. Schon wieder weg. Ist sie das? Oh. Ja, aber wie sollen wir da raufkommen? Mit einem ultimativen Trackaufbau. Keine Limits, keine Regeln, keine alten Sachen. Okay, Leute, lasst mich eure besten Ideen hören, um diese Katze einzufangen. Vielleicht kann sie auf einer meiner extrem hochfliegenden Drohnen aufspringen. Juhu! Yeah! Eine Katze kann nicht auf eine Drohne aufspringen, Dummerchen. Das hier muss eine bemannte Unternehmung werden. Dann habe ich genau das Richtige. Mit ausreichend hoher Geschwindigkeit kann ich mich selbst auf das Dach des Gebäudes katapultieren. Uh! Vielleicht war das zu viel Geschwindigkeit. Hat jemand noch eine andere Idee? Vielleicht mit mehr... Loops! Ähm... Loops! 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 Ich glaube, das könnte klappen. Ähm, und wie soll das gehen? Die Loops machen total Spaß. Das wird sie dazu bringen, runterzukommen. Vertraut mir. Machen! Machen! Juhu! Hahaha! Oh ja! Glaubst du, sie hat es gesehen? Ja! Hahaha! Miau! Jetzt bleibt uns nur noch, das Unmögliche zu versuchen. Das ist vielleicht der höchste Track, der je gebaut wurde. Lass es einrasten. Keine Zurückhaltung! Wow! Nicht schlecht. Wo ist sie? Ich sehe sie. Sie... Sie checkt die Loops aus. Ich hab euch doch gesagt, meine Idee ist katztastisch. Wer hätte das ahnen können? Du hattest recht! Ja! Auf geht's, Team! Hahaha! Wuhu! Hahaha! Komm zurück! Hahaha! Hahaha! Hahaha!